Bots, also Roboter, sind Computerprogramme, die automatisiert bestimmte Aufgaben erfüllen. Bei den Bots handelt es sich um einen Algorithmus, der sich aus festgelegten Ereignisketten und bestimmten Schlüsselwörtern zusammensetzt. Mithilfe dieser Schlüsselwörter durchsuchen die Bots Social Media Plattformen. Wenn die Bots auf die richtigen Schlüsselwörter stoßen, werden sie aktiv. Ziel ist es, Beiträge zu kommentieren oder andere in ein fiktives Gespräch zu verwickeln. Damit täuschen die Bots menschliche Präsenz im Web vor. Dies tun sie, um andere User zu täuschen. Dahinter steckt fast immer ein bestimmter Zweck, sei es für PR-Arbeit, Marketing oder politische Propaganda. Der Einsatz der Bots ist hierbei nicht unkritisch. So besteht beispielsweise die Gefahr, dass Bots gezielt eingesetzt werden, um Verwirrung zu stiften. So geschehen in den USA beim Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Bots können bei Wahlen das Stimmungsbild im Internet beeinflussen. Unter anderem deswegen werden die Stimmen nach Regelung immer lauter. Wenn es nach den deutschen Parteien gehen soll, haben die Bots im Wahlkampf nichts zu suchen. Auch gibt es Forderungen, die automatisierte Netzpropaganda zu kennzeichnen oder gegen diese vorzugehen. Noch gibt es keine einheitliche Regelung, aber vielleicht in unmittelbarer Zukunft.